Moin Moin und Willkommen zurück bei Minecraft Pocket Edition auf dem Cloud Server. Eben ist mir die Aufnahme irgendwie abgeschmiert bzw. das Shield hat sich einfach mal neu gestaltet. Auch nett. Bin ja weiter dabei hier das schöne Gemäuerchen auszufüllen und ich komme den Stein nicht hinterher. Ich habe das hier zu und weg noch mal drin gelassen, weil manchen gefiel das. Ich kann leider nicht die Kommentare der letzten Folge grüßen, weil es ist immer noch Sonntag und es ist immer noch meine Voraufnahme im Endeffekt. Auch wenn meine Stimme jetzt meint, so langsam zu sagen, ich will nicht mehr. Genauso wie meine Schweiche. Wir meckern auch rum. Ich weiß nicht warum, meine Stimme sagt so langsam Time to say goodbye. Und ich weiß nicht wie ich das hier ausfülle. Soll ich das komplett ausfüllen? Obwohl naja, es ist ein Turm. Muss man nicht, finde ich. Zack. Zack. Außer hier so diesen kleinen Sturzbunker. So. Ja ok. Soviel zu Sturzbunker. Echt Idiot. Ja komm, das nehmen wir jetzt erstmal so hin. Hier unten ist es ja zu. Und ich brauche noch Close Zone. Das ist mein größtes Problem überhaupt. Kein Bock mir das zu besorgen. Aber muttert muttert. Deswegen packen wir einfach mal ein paar Sachen wieder in die Kiste. Ja komm, alles weg. So. Vergehen werde ich nicht viel brauchen, Erde. Das kann ich so mitnehmen. Schwert, Axt, Hacke. Jo, alles gut. Ich brauche ja nicht so viel. Ich brauche ja relativ wenig. Schaut euch schon alles weg. Ja, ich weiß, die Musik kommt euch bestimmt bekannt vor. Ich habe sie nicht bewusst gesucht. Ich habe eine neue Musik gesucht und da kam sie auch vor. So. Hey. Up in the Nether. Mal gucken, wie es so wie ein Texturempick aussieht. Ja, sieht schon mal sehr spannend aus. Bööö. Sieht doch wie klippig aus. Was macht ihr da drin? Ja, genau. Aua, Aua, Aua. Das hat sie erst geladen, alles. Hilfe. Hilfe. So, hier ging es entlang. Oh, ich habe mir doch mehr Fackel mitnehmen sollen. Ich bin mir im Weg. Flackiert. Gebe jetzt mich nicht dran. Zuerst haben wir genug. Mal gucken, dass wir nicht sofort abnübbeln. Jetzt ist das dunkel. Ääh. So. So. Gut. Gut. Gut, gut, gut. Da unten schwimmt ein Schwein. Wann kann ich nicht in Laura schwimmen können? Hm. So, Augen aufhalten, na, ich hab Angst, ich hasse eine Nette, guten Tag, na, ok, da war ich ja schon, das habt ihr glaube ich nur nicht mitbekommen, nur der einzige Grund warum ich hier sterbe ist meine eigene Dummheit, na, auf das ich den Blick nach Hause finde, da da oben könnte was sein, kann aber auch lerber sein, toll, wie kommt mir das hier hoch, Oh, ich höre ein Garst, na komm, hä, ok, die Fäden, die Textur, hm hm, hm, ja, So, ob da vielleicht was zwischen ist? Sieht nicht so aus. Ich werde nicht verlaufen. Ich weiß nicht was, es gibt mir Erfahrungspunkte an. Die suche ich nicht. Scheiße. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wie soll ich hier wieder zurückfinden? Oh, oh, ich laufe immer weiter weg und laufe in der Sandkasse. Toll. Hier wieder zurück. Ist wieder sehr aufregend, ich weiß. So, ihr müsst merken, dass ich da her kam. Na? So bin ich hier gelandet. Da ist was. Oh Mann. Moment, wo kam ich denn jetzt her? Oh shit. Ich hasse den Slow Sand hier. So. Wollen wir da mal kurz hochbuddeln. Oh oh. Oh oh. Oh. Die Axt macht bald die Biegel. Genau, Musik. Geh einfach mal wieder aus. Autsch. Autsch. Da ist sie noch. Haben wir noch Musik? Ne, haben wir gerade nicht. Ah, Moment. Das wollen wir doch mal schnell wieder erledigen. Die, 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 die. So. Ich hoffe nicht, funktioniert das jetzt besser. So, zurück. Weiter geht's. Dann ist ja noch ein bisschen nach oben. Ohhhh. Soll man da nicht langsam irgendwo ankommen? Hä? War das das? Ne, da ist es doch. Oh Mensch, berkack. Wenn ich hier wieder was nach Hause finde. Ach du Scheiße. Was macht der denn? Komische Sache hier. Äh. Hallo? Äh. Loch. 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 Hm. 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 Ich wollte doch nur sehen, dass ich sterbe. Nein. Das wird da heftig schon wieder runter. Hier sowieso, aber egal. Also ja, alter die Wumpe, wie viel da jetzt runter fällt. Solange ich 90% davon einsammle. Was macht der Junge denn da? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin so ruhig, weil ich angespannt bin. Hilfe. Ah. Ernsthaft? So wenig. Oh. Naja. Wenn wir die Hälfte auch runter fallen lassen, ist halt so. 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 Jetzt kommen wir noch ein paar absnicken. Oh. Okay. Da habe ich nichts bekommen. So. Von mir aus kommen wir auch wieder zurück. Das war ganz schnell. Hä? Ich werde schon verfolgt hier von Schweinen oder was? Da kam ich doch her. Und hier und hier und hier. Hä? Mach doch da lang. So. So. Ich muss einfach den Weg wieder zurück finden. Sollten wir aber hinkriegen. Und komm schon. Genau da lang. Und hier hoch. War doch eine gute Idee mit dem Faggeln glaube ich. Ich muss auch am besten gleich wieder mit. Scheiße. Kann mich doch mal nicht her. Äh. Hier ist es. Ah. Ach da lang. Uh. Glück gehabt. Gehen wir hier wieder zurück. Ah. Das sieht doch schon besser aus. Moment. Kam ich von. Äh. Äh. Kam ich doch von hier? Ja. Oder? Schön. Ich habe die Mieter verlaufen. Ich kam doch von irgendwo unten hoch. Da unten sind die Mieter. 2.000 Faggeln. Die kam ich von da hoch. Würde ich jetzt mal so behaupten. Zumindest wenn da was menschliches. Äh. Äh. Ein Glück haben wir Federfall. Ein Glück haben wir Federfall. Ein Glück haben wir Federfall dabei. Das ist aber ein Loch. Ja. Doch. Wir sind richtig. Vielleicht so gut wie zur Hose. In der Deine die Mieter. Der größere Weg ist nicht immer der beste. Und hoch. Ah, sehr schön. Heimat, ich komme. Na? Ich weiß, ich bin heute nicht der Gesprächsist, aber wie gesagt, eine Stimme ist irgendwie. Kennt ihr vielleicht. So. Na, komm. Da sind wir wieder zurück. Das sieht doch schon echt geil aus hier. Das macht doch ein Backpack. Und er legt sich durch den Server. Alles klar. Au. Komisch, komisch. So. Äh, da. Na ja, hätte ein bisschen mehr sein können. So, ich verabschiede mich für die Folge von heute, ich hoffe es hat euch trotzdem gefallen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, ciao.